Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sona. Ich starte das Video mal hier im Hauptmenü, weil es gibt jetzt die Serverlisten, die vorher nicht drin waren. Ich weiß nicht, wie lange das Update jetzt schon ist, aber man kann jetzt eigene Räume erstellen. Das wollte ich nur mal hier drin zeigen und dann springen wir jetzt schon mal in ein Match. So, da sind wir jetzt auf dem Match. Warten wir auf andere Spieler. Natürlich mag ich die Map überhaupt nicht, weil die da oben wieder sitzen werden. Ja, oder doch nicht. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann hier. Ah, da hinten steht einer. Stand einer. Oh, der hat mich nicht einmal getroffen. Mal schauen. Ich bin auf, Elon. Ich bin auf, Lasstens hier учetig. Ach, das ist einer von uns. Ich dachte eben schon. Oh, da oben ist es da oben auch. Habe ich einmal mit einer Granade getroffen. Das muss ja oben sein. Habe ich auch. Was schreibt der da? Dann hast du den Bezahlservice, ne? Ach da, wo kam der jetzt her? Ach, da oben rechts. Aber wenn man da natürlich rein so und die ganze Zeit guckt, dann sieht man die nicht. Oh. Das ist genau so ruhig und dann, äh, naja. Die unterhalten sich da im Chat. Ach, Mensch. Das Match geht immer so langsam rum. Ich glaube die Zeit wird auch ablaufen. Da kommt einer runter. Mal. 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 Hier ist da noch einer. Gute Nachladung. Ist da noch einer oder? Ich verstehe die Leute da unten nicht. Ich verstehe die Leute da unten nicht. Ich verstehe die Leute da unten nicht. Oh man, dann kommt immer einer von denen. Jetzt ist die große ausgepackt. Der Meister im Granatenwerfen ist da. Natürlich. Wie unser Team auch gar nicht darum geht. Nicht aber auch nicht. Wenn die sich da hinstellen, wo der... Oh diese Flash ey. Kommt doch bestimmt einer durch. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit da warten. Dann werde ich eh wieder gekillt. Ja. Natürlich. Haben die Leute den nicht gesehen oder was? Das ist glaube ich meine Sniperon haut ab. Aber ich gebe dir noch ein bisschen Schaden mit. Da oben sitzt da. Jetzt ist er tot. Ich darf nämlich nicht einfach meine Waffe zocken. Oh. Oh. Shotgun. Na, läuft die Zeit ab? Ja. Ich glaube schon. Mach doch nicht. Mann. Los. Ah. Den wollte ich gerade machen. Habe ich. Uiuiuiuiui. Da unten. Ich denke der hat mich geflasht oder was? Oh. Oh. Mach mal. Oh. Wo kam der denn her? Ich fällte zu hoch. Oh man. Natürlich kommt ein zweiter. Ich hasse diese große. 30 Sekunden noch. Schränk auch hier an Leute. 31 Kill was. Ja. Freulich. Absolut. Ja töte den. 10 Sekunden. Töte noch mehr. Wo kommst du denn her? Ha. Ha. Gewonnen. Ha. 7 Sterne herdrücken. 7 Sterne herdrücken. So. Da passt. Die Mission abgeschlossen. Ist aber schon fast fertig. Also ist schon fertig auf 100. Ich bin schon in der Bühne. 112. Okay. Dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und haut rein.